Musik Herzlich Willkommen zu meinem ersten Heartbeat im Monat Mai. Ein Sprichwort sagt, alles Neue macht der Mai. Wenn du mir vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich auf die Idee käme, mit einer Webcam zu reden und dabei das Gefühl zu haben, ich rede mit echten Menschen, was da so der Fall ist, dann hätte ich gedacht, was ist das denn? Der Fortschritt der Technik und der Fortschritt der ganzen Entwicklung ist rasant. Es gibt neue Möglichkeiten in unserem Land, in vielen Lebensbereichen. Und wir als Kiki stellen uns die Frage, was heißt das für uns? Was heißt das, diese spannende Zeit, in der wir leben? Wir starten eine Serie, die heißt Transformers. Da geht es darum, dass Gott eine Reformation machen möchte in deinem Herzen, in meinem Herzen, in unserem Umfeld und dass er neue Dimensionen uns eröffnen möchte. Was heißt es, dein Christsein im Alltag zu leben? Und was heißt es auch für unsere Stadt und für unser Land? Im letzten United habe ich das so weit ausgedrückt, dass ich gesagt habe, ohne diese Serie wirst du diese Kirche in Zukunft nicht mehr so ganz verstehen. Und deswegen lade ich dich ein, komm vorbei, zieh dir die Podcast rein und ich möchte dich auch über Videoblog weiterhin auf dem Laufenden halten. Was passiert, was verändert sich und warum gehen wir den Weg, den wir gerade gehen? Ich freue mich sehr drauf. Ich war noch nie so motiviert für eine Serie wie für diese Serie. Ich war noch nie so gespannt drauf, was passieren wird und ich freue mich drauf, alles was wir gemeinsam erleben werden und ich freue mich drauf, dass dieser Videoblog in Zukunft mit dir und mit mir in unserem Wohnzimmer und in deinem Wohnzimmer Realität wird.